Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ganz aufgeregt, denn ich habe euch vor einigen Tagen bei Instagram gefragt, welche eure liebsten, aller liebsten Drogerie-Favoriten sind. Und ich habe alle Produkte hier und ich werde schauen, wie eure Favoriten in meinem Gesicht aussehen. Denn tatsächlich sind das Kombinationen an Megaprodukten, die ich so selber auch noch nie getragen habe. Und ich glaube, dass es mal ganz spannend sein könnte, einfach die Produkte zu nutzen, die wir schon zu Hause haben. Und da möchte ich euch natürlich auch so ein bisschen animieren zu. Es wird auch in den nächsten Tagen noch ein ähnliches Video geben, wo ich einfach nochmal durch meine Make-up-Sammlung durchgehe und schaue, was hat sich eigentlich in den letzten vier Jahren bei mir hier angesammelt, um einfach auch, ja, reden wir mal Klartext, ein bisschen Geld zu sparen. Es muss nicht immer neu, 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 neu sein, sondern wir haben mittlerweile schon viele spannende Produkte zu Hause und die wollen wir natürlich auch zum Besten nutzen. Und deswegen würde ich vorschlagen, verlieren wir auch gar keine Zeit und starten direkt in dieses Video. Ich bin ja ein bisschen gespannt, denn viele von euch hatten ganz verschiedene Produkte aufgeschrieben. Und meine Challenge war es auch für mich, nicht extra in die Drogerie zu fahren, um Produkte zu kaufen. Deswegen habe ich wirklich geschaut. Es war sehr, sehr aufwendig tatsächlich, weil, ich glaube, 2000 Leute ihre Favorit reingeschrieben haben, zu schauen, was ist das Meistgeschriebene und habe ich das dann auch noch da. Ich hatte alles da und starte mit dem Primer. Und das war tatsächlich ganz unterschiedlich, denn viele haben natürlich ein sehr bestimmtes Hautbedürfnis. Und mein Hautbedürfnis ist so, die Haut ist einfach da. Und deswegen habe ich da einen Primer genommen, den ich natürlich da habe, dem ich auch noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit geben wollte. Und das ist der Holy Grail Primer bei Maxim. Der kam tatsächlich sehr, 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 sehr oft, was mich natürlich super stolz macht. Das ist der Whipped Cream Primer. Der hat Kamillenwasser und Aloe Vera Extrakten drin. Das ist so ein Primer, den würde ich fast sogar eher im Winter benutzen. Der kam ja auch im Winter raus, weil er einfach super, super reichhaltig ist. Das ist im Prinzip wie so eine Feuchtigkeitscreme, die ihr aber perfekt als Grundlage benutzen könnt, um auch so eine BB Cream zu machen. Sehr, 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 sehr reichhaltig. Hinterher lässt ein sehr gepflegtes Finish auf der Haut. Ich arbeite auch gerade an einem Nachfolger daran mit meiner Brand, der so ein bisschen, noch ein bisschen mehr Skincare mit drin hat. Aber da sind wir noch meilenweit entfernt. Aber da freue ich mich natürlich, dass ihr ihn auch benutzt. Ich muss mal mit dem Rival Love's Me Team sprechen, ob es den vielleicht nicht doch irgendwann mal im Standardsortiment geben kann. Da bin ich dran. Schreibt mir auf jeden Fall, das wäre es. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare. Ja, ihr braucht den im Standardsortiment. Wenn ihr den haben wollt, dann kann ich die Fotos an Rival Love's Me schicken. Ist ein schöner Primer. Ich liebe den, vor allen Dingen im Winter. Und wenn es wirklich kalt und trockene Heizungsluft ist, dann ist der wirklich perfekt. Bei der Foundation war auch wirklich alles mit dabei. Und wir hatten wirklich von sehr vielen L'Oreal Foundations, sehr viele Maybelline Foundations, aber auch die Catrice True Skin Foundation. Und die habe ich meiner Meinung nach viel zu wenig benutzt auf meinem Kanal. Also so gut wie nie, weil ich sie ganz gut fand, aber ich, als sie rauskam, gerade eine andere liebste Foundation hatte. Und deswegen habe ich der recht wenig Aufmerksamkeit gegeben. Das ist die True Skin But Better Foundation. Eine feuchtigkeitsspendende Foundation mit Hyaluronsäure und Wassermelonen-Kernöl hinterlässt ein perfekt ebenmäßiges und natürlich mattes Hautbild. Mittlere bis hohe Deckkraft. Ich habe keine Ahnung, ob die Farbe passt, Freunde. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Hier ist ein kleines Würstchen drin. Jetzt ist es raus. So, ich bin ganz gespannt. Ich weiß nicht, wann ich die das letzte Mal benutzt habe. Ich habe sie auch gut geschüttelt. Das ist etwas, was ich euch immer empfehle. Schüttelt eure Foundations sehr, sehr gut. Denn die sind aus verschiedenen Inhaltsstoffen. Meistens ist es Öl oder Wasser und dann sind die Pigmente da drin. Und wenn ihr sie länger nicht benutzt habt, dann kann es sein, gerade bei den neueren Foundations, die ja auf Inhaltsstoffe verzichten, wie Konservierungsstoffe und Stabilisatoren und so. Also alles, was eigentlich nicht gerne in Produkten gehabt wird von uns heutzutage, sorgt aber dafür, dass das Produkt stabil bleibt. Und wenn das nicht mehr drin ist, muss man so ein bisschen mehr mitarbeiten. Nur so als kleiner Tipp für euch mit am Rande. Ich habe die Farbe 033 Cool Almond. Und ich muss sagen, die Farbe sieht ziemlich passend aus, oder? Perfekt Match. Perfekt Match kam tatsächlich auch auf. Ich bin super gespannt, ob einige von euch haben ja keine Zeit haben. Deswegen tut mir das immer so ein bisschen leid, wenn ihr bei solchen Videos nicht teilhaben könnt. Was ihr aber machen könntest. Ihr könnt eure Favoriten natürlich auch gerne hier drunter schreiben. Und dann einfach mit mir so ein bisschen hier in den Kommentaren darüber reden, was eure liebsten Produkte sind. Und dann kann ich daraus nochmal eine zweite Version vielleicht machen, wenn ihr darauf Lust habt. Ich erinnere mich, dass mir die Foundation damals ein bisschen zu matt war. Jetzt in Kombination mit diesem Primer gibt sie mir aber ein schönes Finish. Also es ist nicht zu glowy. Das heißt, das Thema hatten wir neulich. Es ist aber auch nicht zu matt. So, dass ich sage, es ist mir ein bisschen zu trocken für meine Haut. Und deswegen, so muss ich sagen, gefällt mir das gar nicht schlecht. Und die Farbe ist ein Perfekt Match. Wir machen das Ganze mal schnell auf der anderen Seite. Und dann hole ich euch ganz nah ran. Ihr liebt es, wenn ich euch wirklich richtig schön nah ran hole. Ich muss sagen, die Foundation sitzt fantastisch auf meiner Haut. Sie hat die Poren nicht vergrößert. Sie hat sie sogar meines Erachtens ein bisschen dezimiert. Wobei ich sagen muss, dass ich für mich herausgefunden habe, dass ich es fast schon schöner finde, wenn man so ein bisschen Poren sieht. Ich habe ja ne überwiegend akzeptable Haut. Hier habe ich im Moment einen unterirdischen Pickel. Der sitzt Gott sei Dank an einer Stelle, wo er nicht so auffällig ist. Aber das ist ne schöne Foundation. Und ich muss auch dazu sagen, das ist ja das, was mich immer so glücklich macht. Ich erzähle das so oft, aber ich muss es so oft sagen, bis es wirklich jede und jeder verstanden hat. Ich habe ja mit Drogerie-Make-up angefangen. Nicht, weil ich Drogerie-Make-up immer so schön fand, sondern ich fand Make-up schön. Ich konnte mir aber nichts leisten. Ich konnte mir ohne Witz, ich komme mir vor wie ein Leierkasten. Aber ich erinnere mich, dass ich Flaschen gesammelt habe und mir eine Foundation von, ich glaube, es war Rivalde Loop, die kam in so einer ganz komischen, billigen Tube. Das war meine erste Foundation, die ich mir selber gekauft habe. Und ich habe einfach festgestellt, wie glücklich ich mich Make-up macht, auch mit wenig Geld. Und das ist mein Anspruch wirklich auf diesen Kanal. Und ab und zu gibt es natürlich auch mal ein teureres Produkt. Aber, dass wir einfach uns wieder so ein bisschen auf wirklich günstiges Make-up reduzieren und schauen, welche Produkte sind ihr Geld wirklich wert und wo kann man Produkte sparen. Und die Foundation ist eine super solide Foundation. Macht mich sehr glücklich. Genauso wie der Concealer. Da kam tatsächlich auch oft der True Skin Concealer. Ich weiß gar nicht, ob ich den jemals wirklich benutzt habe. Der wird ein bisschen zu dunkel sein. Das ist nämlich die Farbe 046 Warm Toffee. Deswegen gebe ich den jetzt nur erstmal hier hin. Das ist aber ein ganz guter Trick, den ich gelernt habe, aber selten umsetze, weil ich meistens ehrlich gesagt einfach zu faul bin. Wenn ihr so Augenschatten habt wie ich, also sehr intensive, dunkle, lilane Augenschatten und ihr mit einem hellen Concealer, einem ganz, ganz hellen Concealer rüber geht, dann wirkt das immer sehr schnell grau. Deswegen empfehlen einige Make-up Artists, einen dunkleren Concealer zu benutzen. So wie ich jetzt. Schaut mal. Und den nicht so weit auszublenden, sondern wirklich nur da, wo die Dunkelheit ist. Und dann mit einem helleren rüber zu gehen. Das ist der Catrice Liquid Camouflage. Auch der kam sehr oft. Und den wirklich nur dahin setzen, wo ihr es geheiligt haben wollt. Weil ihr dadurch einfach verhindert, dass ihr diesen Grauschleier unter den Augen habt. Der kommt ja meistens auch erst nach so ein paar Stunden durch. Das Problem habe selbst ich tatsächlich mit den Concealern, die ich meistens im Alltag benutze, dass ich einfach zu hell bin mit dem Concealer und dann so einen Grauschleier unter den Augen habe. Es stört mich meistens nicht, weil ich meistens das Make-up recht schnell wieder wegnehme und dann wieder ein neues drauf mache. Aber das ist nur ein kleiner Tipp von mir am Rande. Eigentlich bebeine ich mir auch einzubilden, zu sehen, dass man dadurch weniger Produkt braucht. Ihr kennt ja mich, wenn ich hier mit diesem Anastatze, weil wir hilfst ja nur aus Pigment besteht, da unter meinen Augen lang gehe. Und jetzt habe ich eigentlich gar nicht so viel benutzt. Loses Puder war gar kein Thema. War wirklich gar kein Thema bei euch irgendwie. Kam super, super selten. Deswegen benutzen wir jetzt auch einfach eins und fixieren das Ganze mit dieser Palette. Das ist die NYX Highlight & Contour Pro Palette. Die war bestimmt 100 Mal mit dabei. Ich habe sie mir mal neu gekauft, auch für so ein ähnliches Video, glaube ich, aber dann irgendwie auch nie wieder wirklich benutzt. Wir probieren es jetzt einfach mal nochmal aus. Ich nehme einen fluffigen Highlighter-Pinsel und gehe einfach hier in diese hellsten Farben, denn einige von euch hatten auch das Banana Bright Powder vorgeschlagen und das habe ich tatsächlich nicht gehabt. Das wird hier aber ein gutes Dupe zu sein. Einfach nur so eine leichte Puderschicht. Dann nehme ich mir meinen Microfiber Multi-Tool Mini und gehe hier in die hellsten Farben rein. Der eine hat sogar ein bisschen Schimmer mit drin und dann gehe ich da unter meine Augen und kann das Ganze wirklich fixieren und das habe ich tatsächlich mit dem Produkt auch noch nicht gemacht. Das ist ganz spannend, weil die eine Farbe, wie heißt die denn? Steht das da drauf? Nektar. Die hat so einen leichten, schimmernden Look und vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, dass wenn ihr euren Concealer noch nicht gesettet habt, die Augenpartie immer ein bisschen frischer aussieht. Sobald ihr Po darauf gebt, sieht es immer wieder ein bisschen weniger schön aus. Der Vorteil bei diesem Produkt ist, bei der Farbe Nektar in der Palette, ist, dass sie so einen leichten Schimmer hat und dadurch das Licht schöner zurückgestreut wird. Und das funktioniert hier gerade echt gut. Und dann nehme ich mir im Moment total gerne einfach einen Schwamm und gehe in so einen Face-Powler rein und fixiere ganz leicht. Dadurch drücke ich das Make-up nochmal richtig schön in meine Haut und gebe aber auch noch ein bisschen Feuchtigkeit ab, die ich am Schwamm habe. Und ihr seht es, der Glow, in Anführungszeichen, ist so krass, dass mich so ein Kommentar so lange so beschäftigt. Aber ihr seht, was ich meine. Die Haut sieht dadurch ein bisschen lebendiger aus. Könnt ihr mit dem großen Microfiber Multitur auch machen. Mit dem kleinen geht es auch, wenn ihr den natürlich nass macht. Ich benutze den ja meistens trocken, weil er dann einfach ein schöneres Softbox-Powder-Finish gibt. Aber eine sehr, sehr schöne Kombination mit dem Concealer, oder? Alright, wir machen weiter und benutzen auch gleich diese Contouring-Produkte daraus. Ich nehme hier einen Pinsel von Letizia aus der Noir Series Nummer 11. Und ich glaube, warte mal, in der Kamera sieht man es immer ein bisschen besser. Das ist der kühlste Ton, Taupe. Und den mische ich mit dem wärmsten gleich direkt zusammen und habe dann so ein bisschen so ein 2-in-1-Kontur- und Bronzer-Look. Schöne Palette, ne? Das ist mir aufgefallen, dass viele auch gar nicht unbedingt nagel-nagel-neue Produkte hier reingeschrieben haben in mein kleines Kästchen, sondern dass viele wirklich so Old-Time-Favorite-Produkte gerne immer noch benutzen. Und das freut mich natürlich. Einfach, weil ich weiß, dass viele von euch auch bei ihren liebsten Produkten bleiben. Und die sieht man ja dann auch meistens im Standardsortiment. Ich muss ehrlich sagen, ich liebe die Kombination gerade. Die Haut sieht super, super schön aus, aber trotzdem fixiert und der Bronzer ist sehr schön warm. Ich gehe jetzt nochmal hier in den kühleren Ton rein. Ja, nice. Nice Kombination, Freunde. Wirklich. Also, das liebe ich ja an euch, dass ihr wirklich auch so krass im Make-up mittlerweile seid. Und immer, wenn ihr mich bei Instagram markiert oder so, ich denke mir so, wow, eigentlich müsstet ihr hier sitzen. Als Blush kam wirklich sehr, sehr auf der Essence The Blush. In allen Farben gefühlt. Ich habe jetzt hier die Farbe 90 Bedazzling. Der sieht sehr, sehr soft aus. Ich habe keine Ahnung, wie der funktioniert und ob der überhaupt auf meiner Haut irgendwie rauskommt. Deswegen nehme ich jetzt auch einfach denselben Pinsel, mit dem ich den Bronzer aufgetragen habe. Mache ihn vorher wieder ein bisschen sauber. Aber das ist so ein Tipp von einem Faulen für euch, wenn ihr faul seid. Ihr habt einfach Produkte, ihr habt einfach schon ein bisschen Produkt am Pinsel und wollt einen weichen Blend zwischen Blush und Bronzer haben. Macht den Pinsel ein bisschen sauber und dann gehen wir hier einfach rüber. Oh, der ist super pigmentiert. Oh, wow. Das ist ein matter Blush. Also, er hat jetzt keinen Schimmer und er nimmt auch nochmal so ein bisschen Bewegung aus dem Gesicht mit raus. Das muss man wissen, aber auch die Kombi aus diesem Blush, der ein bisschen kühler ist. Und diesen Bronzer hier. Probiert es mal aus. Nehmt mal euren Bronzer Pinsel und geht danach in den Blush, wenn ihr ihn ein bisschen sauber gemacht habt. Pro-Tipp von faul für faul. Das ist eine richtig schöne Base, die ihr da zusammen gebastelt habt. Ich gehe jetzt ein bisschen durch meine Augenbrauen durch. Da kam wirklich alles mit, da konnte ich mich nicht entscheiden. Ich nehme tatsächlich am liebsten den hier von Max Faktor, den ich jetzt hier einfach habe. Wow. Freunde, die Base, da habt ihr mich ein bisschen platt mitgemacht. Wir brauchen noch was für die Augen. Und ich wusste, welches Produkt von euch da genommen wird. Guess what? Early 1991 und BH Cosmetics Palette. Es ist so krass, was die da gezaubert haben. So ein All-Time-Favorite-Produkt. Phänomenal. Ich möchte heute sehr romantisch bleiben. Ich möchte heute einen ganz süßen Look schminken. Ganz einfach, weil ich glaube, dass die meisten von euch mit der Palette wirklich so Basic-Browns schminken und dann ab und zu mal so ein Duo-Chrome. Deswegen nehme ich jetzt einen fluffigen Pinsel und gehe in die Farbe Soft Spot. Klopf ab und setze die mir hier in die Lidfalte. Die sind so pigmentiert. Wow, ich habe die auch ewig nicht mehr benutzt. Boom. Wahnsinn. Early ist halt aber auch wirklich eine der liebsten Menschen, die ich kenne. She's cute. Und dann gehe ich in die Farbe Love Sick und diffuse mir das hier einfach nur rüber. Gar nicht so intens. Also wirklich nicht mit einem Pinsel, der so ein bisschen flacher ist, so ein Packing-Brush, sondern einfach nur hier so leicht diffus reingeblendet für so einen Effortless-Look. Das ist ja etwas, was auch meiner Meinung nach in den nächsten Jahren wieder so ein bisschen in den Vordergrund rücken wird. Dieses, ich habe mir nicht so viel Mühe gegeben, aber mein Make-Up ist trotzdem cute und ich habe ein bisschen Make-Up drauf. Hier vorne muss ich mit dem Pressing-Brush arbeiten, einfach um das ein bisschen feiner zu machen. Und dann blende ich einfach den Ton überall aus und nehme denselben Pinsel. Probiert es wirklich mal aus, weil ihr dadurch einfach ein ganz anderes Ergebnis habt. Nicht dieses klassische Cut-Crease und perfekt und ebenmäßig und weich, sondern einfach schnell ein bisschen Farbe auf dem Auge. Und dann gehe ich in die Farbe Lullaby mit demselben Pinsel und diffuse mir das hier einfach rüber. Einfach rüber. Ohne großen Schabernack. Eins hier ein bisschen ausblenden. Fertig. Wahnsinn. Die meistgenannte Mascara mit wirklich Abstand, da seht ihr sie schon, ist die Glam & Doll Fall Slash Mascara. Und die meisten haben geschrieben in allen Varianten. Kann ich euch total recht geben. Ich benutze sie auch sehr, sehr gerne. Ich gehöre einmal schnell meine Wimpern und gehe hier einmal rein. Das ist jetzt die Waterproof. Die hat so ein gebogenes Bürstchen. Gehe hier einfach lang und habe ein ganz natürliches, wasserfestes Ergebnis. Ich liebe diesen Look, ne? Das ist genau mein Vibe gerade. Dieses Zack, rauf, fertig. Für die Lippen haben wir selbstverständlich auch noch etwas. Und da bezweifle ich, dass das jetzt gut passen wird zu diesem Look. Könnte wahrscheinlich ein bisschen viel sein. Und zwar ist das einmal der Vinyl Superstay, Vinyl Ink. War ich sehr überrascht, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass ihr die Matten bevorzugt. Nee, gar nicht. Und die Lifterglosse. Wir probieren jetzt mal was aus. Ich nehme mir einen Liner. Irgendeinen. Ein bisschen kühler. Einfach, dass ich so eine schöne Kombination habe. Und dann nehme ich den gar nicht so deckend. Das ist jetzt die Farbe 20 Koi. Liebe ich. Und tupfe den einfach nur so ganz leicht drauf. Weil ich dadurch das Produkt so ein bisschen reduziere. Und nicht diesen Power-Effekt habe. Wenn ihr die benutzt, dann habt ihr wirklich so ein High-Gloss-Finish auf den Lippen. Aber super pigmentiert. Und wenn ihr nur so eine ganz, 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 ganz kleine Menge benutzt, ist es alltagstauglich. Passt in dem Fall nicht, weil die sind so oder so alltagstauglich. Weil sie einfach mega sind. Aber so habt ihr einen zarten Look. Und dann toppe ich das Ganze mit dem Liftergloss in der Farbe 003 Moon. Und da könnt ihr dann wirklich ein bisschen mehr benutzen. Weil die halt nicht so, nicht so klebrig sind. Und ihr ein sehr schönes Lippenergebnis habt. Und das ist einmal der fertige Look mit euren Drogerie-Favoriten. Ich muss sagen, ich liebe ihn. Ich liebe auch diesen zarten Lidschatten-Look. Und die Base-Kombination. Ich habe wenig Puder benutzt. Ich habe recht wenig Produkt benutzt. Und habe trotzdem ein Ergebnis, wo ich sage, wow. Genau, das ist perfekt für den Alltag mit Produkten, die die meisten von euch eh schon zu Hause haben werden. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.